Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Abend des fünften Sonntages der Passionszeit begrüße ich euch zu unserem Abendgebet. Judika, verhilf mir zu meinem Recht, Gott. Der Name des heutigen Sonntags ist ein klagender und ungeduldiger Ruf nach Recht und Gerechtigkeit. Verhilf mir zu meinem Recht, Gott. Die Dringlichkeit der Bitte kann ich gut nachvollziehen. Denn dass die Zeit der Einschränkungen, der Ängste und Sorgen endlich ein Ende haben möge, das wünschen wir uns wohl alle. Verhilf mir zu meinem Recht, Gott. Je schneller, desto besser. Denn gerade ist es so, dass mir mein Alltag zu schaffen macht. Kinderbetreuung und Homeoffice, das ist oft schwer unter einen Hut zu bringen. Meine Eltern fehlen mir. Ich habe Sehnsucht nach meinen Enkelkindern. Die Arbeit im Pflegeheim ist anstrengend in diesen Tagen. Auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier bleibt unberührt, nichts passiert. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Diese Worte der Gruppe Silbermond sprechen mir aus dem Herzen. Sicherheit. Das wünsche ich mir auch. Und dass wir alle wieder zu unserem Recht kommen. Zu dem Recht, uns mit Freunden und Verwandten treffen zu können. Zu dem Recht, das eigene Geschäft wieder zu öffnen. Vom Restaurant über den Friseursalon bis hin zum Fitnessstudio. Zu dem Recht, uns endlich wieder mit Handschlag begrüßen oder umarmen zu können. Zu dem Recht, in unseren Kirchen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. und Brot und Wein beim Abendmahl teilen zu können. Judika, verhilf mir zu meinem Recht, Gott. Und den Menschen neben mir in nah und fern. Darum lasst uns beten. Guter und barmherziger Gott, in Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu dir und werfen alle unsere Sorgen auf dich. Du schenkst uns neue Zuversicht. Wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen. Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Hals zu verlieren drohen. Wir bitten dich. Für alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und erkrankt sind. Für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind. Für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern. Für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Sei ihnen allen nahe. Gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht. Den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. Wir bitten dich für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen. Für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen. Für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes frohe Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. Wir bitten dich für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen. Für alle, die um ihre Zukunft fürchten. Für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind. Für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben. Sei ihnen allen nahe. Schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung. Wir bitten dich für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist. Für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können. Für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind. Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. Auch bitten wir dich für uns selbst. Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. Mach uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte uns in der Hoffnung auf dich, unseren Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich alle annimmt. Gott schenke euch eine ruhige Nacht, ein frohes Erwachen und einen gesegneten neuen Morgen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020